Platz 1 Geht ein Mann in die Kantine und ruft um Mahlzeit, sagt eine Stimme im Hintergrund, wo sind denn die Stifte? Platz 2 Wer im Glashaus sitzt, sollte eine Toilette im Keller haben. Platz 3 In der Kneipe trinkt ein Mann ein Bier nach dem anderen. Jedes Mal, wenn der Wirt ein neues Bier bringt, ist der Deckel weg. Irgendwann wird es dem Wirt zu bunt und er bringt das Bier ohne Deckel. Da beschwert sich der Mann, hey, wo ist der Keks zum Bier? Platz 4 Im Blumenladen Kunde, sind die Blumen hier künstlich? Verkäufer, natürlich. Käufer, wie jetzt? Natürlich oder künstlich? Verkäufer, künstlich natürlich. Platz 5 Was sind gemischte Gefühle? Wenn deine Schwiegermutter rückwärts mit deinem neuen BMW auf eine steile Klippe zufährt. Boge, was ist subscribed? Was ist nicht amkampf? Aufmerksamkeit? Aucholiit ist die нужно als g Best, die Minister Anthem beim Bundesverkりuen toactive. Und steht aktiv.